Für uns gibt es jetzt grundsätzlich keinen neuen Sachstand. Wir wissen, dass Brell die Situation, so wie sie gerade ist, wie wir diskutieren, grundsätzlich zu verantworten hat. Das ist nicht gut für uns, weil wir uns natürlich gerne auf Fußball konzentrieren wollen. Die Position zu unserem Spieler hat sich aber nicht verändert. Die öffentliche Meinung ist gebildet. Das stellen wir natürlich fest, aber es macht jetzt wenig Sinn, über die Öffentlichkeit mit der Polizei oder in irgendeiner anderen Form zu kommunizieren und Standpunkte zu erklären. Sondern ich denke einfach, dass das Thema jetzt wirklich eins für Brells Anwälte ist. Für uns ist klar, dass Brell morgen im Kader ist. Und damit, glaube ich, ist alles gesagt. Es tut ihm nach wie vor natürlich schrecklich leid. Ich glaube schon auch, dass er daraus lernen wird. Das wäre das Wichtigste. Das wäre das Allerwichtigste für ihn als junger Kerl. Und dass er jetzt einfach wieder mit guten Fußballschlagzeilen macht, vor allen Dingen. Und sich Kredit zurückholt, den er natürlich auch verloren hat als Person. Wir gehen es positiv und offensiv natürlich an. Wir haben jetzt in 2021 zehn Punkte aus vier Spielen geholt. Die Jungs machen einen guten Eindruck. Und das Morgen ist jetzt natürlich einfach ein Spiel, wo wir uns in den letzten Wochen erarbeitet haben, dass wir wieder auch tabellarisch in Regionen dann reinstoßen können, wo wir gerne hinwollen. Deswegen ist das natürlich morgen ein wichtiges Spiel für uns, wo wir uns mal wieder, wo wir ein Ausrufezeichen setzen können und uns auch oben festsetzen können und wollen. Und den Eindruck machen die Jungs auch bis hierhin. Und das müssen wir dann natürlich morgen auf den Platz bringen. Das ist klar. Ich bleibe dabei. Ich möchte mich nicht zu Spekulationen äußern. Wir haben morgen ein wichtiges Spiel gegen Borussia Dortmund. Und das wollen wir unbedingt gewinnen.